Du drehst dich einfach nur, oder? Gehst du da runter, Jade? Danke. So, ich warte eh mal auf die Explosion. So, mal kurz hier schauen. So, was haben wir da Schönes? Ein PB1. Ah, das ist sowas wie ein Kababs fürs Auto. Also für den, für Saubercraft. Und das war's. Ne, Moment, das war's noch nicht, oder? Doch, das war's. Röntgenverifizierung. An alle Wachen. Position halten und wachsam bleiben. Abfangen und zerstören. So, hier können wir, glaube ich, einfach durchrennen, weil da drüben sind wieder Spots, wo man sich verstecken kann. Ach, hier will ich nochmal rein. In den Schrank. Ich weiß nicht, warum der Schrank heißt, weil das für mich ein Raum ist, aber es nennt sich Schrank. Moment, ist hier nix. Ich will, ich wollte da jetzt gar nicht rein. Sie hat automatisch reingelenkt. Ich wollte eigentlich gar nicht so weit. Ich wollte eigentlich im Schrank bleiben. Das ist seltsam. So, da ist jetzt jemand, der geht kontrollieren. Weil wir hier die Bubbles aktiviert haben. Und weg mit du. Wo bin ich jetzt? Ich weiß, wo ich bin. Paige, Jetboost. Er schien sehr daran zu hängen. Er hat sie mir nie näher gezeigt. Starkov. Und eine M-Disc. Überwachungskamera. Das schauen wir später an. So, hier. Moment. Karte bereits gespeichert. Okay. So, jetzt den hier weg. So, ich bin mir jetzt nicht sicher, wo ich wirklich hin will. Mir kommt vor, als hätte ich jetzt gerade was ausgelassen. Noch eine M-Disc. Datenbank der hylianischen Armee. Gehen wir nochmal zurück. Ich weiß nicht, was es jetzt mit dem Raum auf sich hatte. Da konnte ich mich jetzt nicht so gut dran erinnern. Sortierung. Äh. Oh Gott. So, schnell da rauf. Oh Gott. Oh Gott, der Versäuberungsroboter. Von dem habe ich jetzt ein bisschen Bammel. Okay, pass. Ich muss hier durch. So, es gibt noch die Möglichkeit, dass man mit diesem Superangriff die von hinten trifft. Aber das trifft nicht, nicht sehr zuverlässig. Aber irgendwann trifft's. So, hier war sonst nix mehr, ne? Gehen wir weiter in die Richtung. Ne, vergiss es. Runter da. Das war so nicht geplant. Bin ein bisschen zu offensiv gerade. Oh Gott. Erbitte, Erlaubnis, Zone zu säubern. Bestätigt. Zone gesäubert. Ich gehe. Horst, er hat Probleme. Einzelne. So, schön verstecken. Ich bin mega leise. Sorry. Warte, er hat Probleme. Komm schon. Zone gesäubert. Ah. Fuck you. Erbitte, Erlaubnis, Zone zu säubern. Bestätigt. Zone gesäubert. Eindringling. Eindringling. Hätte ich schneller schießen können, hätte das funktioniert. Bestätigt. So, den auch noch. Und jetzt haben wir hier Ruhe. Und runter, bitte. Dankeschön. Ich darf das nicht vergessen. Also, wir haben zwei Wege, wo ich noch nicht sicher bin. Ob ich da noch hin zurückkomme. Zurück sicher. Aber ob es auf dem Weg liegt. Da ist übrigens so ein Gesicht der Alpha-Abteilung gewesen. So, wenn es was wir fotografieren müssen. Aber von hier ist es nicht wirklich möglich. Das kommt von da drüben. Sehr schön. Oh Gott. Was war das für Käfer eigentlich? Die kenne ich noch gar nicht. Ich nehme wirklich das. Perfekt. Ich füge das in die Liste ein. Zwei Stück noch für die nächste Perle. Haben Sie die Alphas gesehen? Ihre Gesichter? Sie sind keine Menschen mehr. Sie werden von den Doms kontrolliert. Wir müssen die Bevölkerung darüber informieren. Schnell. Schicken Sie ein Foto an Iris. Ich suche weiter nach einem Weg hinein. Und publizieren. Ich veröffentliche den Bericht und leite ihn an die Gouverneurin weiter. Ich bin sicher, dass sie dir wieder helfen wird. Wir finden uns sicher früher oder später wieder. Oh Gott. Voll reingerannt. So. Zwei Leute. Falscher Alarm. Partner hat Probleme. Und Problem gelöst. Money, money, money. Was ist hier? Okay, da können wir Leute abhängen anscheinend. Natürlich kommt es von hier drüben. Ach, der Raum. Da kommt was. Hey, es läuft sehr gut. Ich weiß natürlich, es gibt einige Zuschauer von euch, die sicher den Schleichpart lieber sehen würden. Das habe ich ja auch schon alles mit Schleichen durchgespielt. Aber ganz ehrlich, das dauert so lange, die richtigen Momente immer abzupassen. Oh, nice. Den Quadratpass. Quadratischer Schlüssel. Oh, der Arm. So, jetzt sind wir wieder in der Sortierung. Ja. Genau, hier waren wir schon mal. Sehr gut. Da sind wir lang gegangen. Jetzt können wir mal da rein sehen. Okay, ich glaube, hier will ich noch gar nicht sein. Das kommt von da drüben. Eindringling! Eindringling! Nö, 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 nö. Nix Eindringling hier. Oh, Mist, Ladescreen. Shit happens. Lass mich nicht da wieder rein. So, jetzt sind wir wieder in dem Raum, wo ich vor den Schrank gegangen bin. Perfekt. Wir fotografieren das schon mal wieder, damit die Kommandeurin sich schon mal um ein Code kümmern kann. Aber ich möchte noch mal in den Schrank gehen, weil ich habe sicher noch was übersehen. Mir ist aber noch was anderes eingefallen, was ich übersehen habe. Und das beruhigt mich jetzt, wie ich das übersehen konnte. Ich glaube, wir haben es. Versuchen Sie... N5, N9. So, jetzt bin ich hier im Schrank. Schrank. Nein. Ja, hier will ich sein. So, wir kaufen uns mal wieder alles, was da drin ist. Okay. Ein Starrkurs stellt ein Herz der Lebensenergie... Ein Starrkurs stellt ein Herz der... Eine Büchse Kababs stellt die Lebens... Eine Büchse Kababs stellt die Lebensenergie vollständig wieder her. So, jetzt lasst mich mal kurz überlegen. Ich muss immer die Ratten hier entsorgen. Nicht, dass die mich gleich behindern. So, hier gibt es so einen Knopf und da kann ich ein Kababs hinstellen. Und dann sehen wir... Blabera Gregaria. Das ist ein kleinen Käferchen. Ne, da geht es nicht lang. So, ich möchte noch einmal im Schrank hier... Aua, im Schrank hier einmal zurück. Ach nee, das ist ja gar nicht das Zurück. Das ist ja das Voraus. Ne, ist eh richtig. Passt. Gut, dann gehen wir weiter. War das jetzt N5, N9 oder N9, N5? Ich probiere mal. N5, N9. Yes, korrekt. Das ist ja gar nicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017